Wir sind am Klinikum Mittelbaden, ein großes Unternehmen in der Region, das sowohl für die Bevölkerung eine gute Gesundheitsversorgung anbietet, aber auch ein großer Arbeitgeber mit vielen attraktiven Arbeitsplatzangeboten. Unsere Intensivstation wurde neu gebaut und wir haben jetzt wirklich schön ein heller Zimmer, zum Teil mit bodentiefen Fenstern. Was sowohl für uns das Personal als auch für die Patienten unheimlich positiv ist. Es macht wirklich Spaß, da zu arbeiten, wie im Urlaub manchmal. Unsere Intensivstation ist eine interdisziplinäre Intensivstation. Das Leistungsspektrum ist weitgreifend und gut organisiert. Die Qualität ist auf einem sehr hohen Niveau bei uns. Unser Team arbeitet sehr eng zusammen, also pflegerisch, auch ärztlich. Man hilft sich gegenseitig. Jeder ist bestrebt, die beste Qualität zu leisten. Man hat nie so das Gefühl, ich bin jetzt hier in so einem typischen Krankenhaus. Dadurch, dass wir bei unserem Haus eine eigene Fachweiterbildung haben, kann ich jedem neuen Mitarbeiter dieses auch anbieten. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gesehen haben, dann kommen Sie zu uns ins Team. Wir würden uns freuen.